So, Video Nr. 441. Ich weiß nicht was morgen mein 450. sein wird. Das werdet ihr dann sehen. Ich habe ja bei meinen Videos, wo immer 50 mehr dazu kommen, immer noch in Klammern geschrieben. So und soviel das Video. 59 Videos müsste ich jetzt aufnehmen bis zum 30.12. Und alle müssen am 30.12. bis spätestens 23.59 Uhr ungewohnt hochgeladen sein. Ich habe mir geschworen, genau 500 Videos bis zum 30.12. und alle hochgeladen. Und das 500. am 31. aufnehmen. Zack, zack. Nochmal, zack, zack. Nochmal, zack, zack. Ich habe mir diese Welt extra rausgesucht, klar wegen Winter. Und ich muss kurz was einstellen. Ich brauche die jetzt gerade nicht. Ich habe noch vergessen, die Welt auf friedlich umzuschalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich will mal grad gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ich mache immer den Schnee weg. Ich hole mir wieder ein Schwert für alle Fälle. Weil ich wieder viele neue so an der Back habe! Yay! So, hier kann ich aber Lampen aufstellen. Dieses Mal mache ich hier auch keine Eiswelt, also kein Eis, also keine Eisburg. Und die hier kann ich. Das ist ja keine Weihnachtswelt. Aber wie gesagt, die Weihnachtswelt, die habe ich mir extra behalten. Wenn ich so weiß, wie habe ich das gebaut? Wie kann ich das für nächstes Jahr verwenden? Oh, ich mache hier die Erde kaputt. So. Hier kommt wie gesagt meine Werkstatt hin, wo ich die ganzen Silvesterraketen baue. Erstelle, wie auch immer. Ich mache aber erstmal hier den Schnee futsch. Kann sein, dass es ein bisschen anders aussieht als letztes Jahr. Weil da hatte ich viel mehr, da hatte ich auch einige Silvestervideos aufgenommen. Bzw. Silvesterweltenvideos. Und ja. Weihnachtsvideos habe ich davon nur eine aufgenommen letztes Jahr. Fand ich wirklich toll. Nur ganz kurz angefangen und dann aufgehört und dann direkt Silvester. Dieses Jahr war ich ja voll in der Weihnachtsstimmung drin. Hat man ja wirklich gesehen. Ihr könnt ja gerne nochmal Kommentare schreiben, wie ihr die Welt fandet. Wie gesagt, die habe ich nicht gelöscht. Die werde ich behalten. So. Und wie gesagt, das sind die einzigen beiden Videos, die ich heute nur umladen kann. An dieser Stelle tut es mir natürlich leid. Fledermaus Nummer 1. Fledermaus Nummer 2. Sonst erstmal keiner. Na, ich häng dann oben noch Deckenlampen hin. Oder beziehungsweise ich nehm Glowstone, das ist besser. Ich nehm Glow. Glow, 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 Glow. So. So. Sonst. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ist ein Helge. Upsa. Hau ich hier ein Deckenstück raus. So. Das ist einmal die Anfangsbasis. Ich baue mir noch so Thronen hin. Und ja, die Thronen sind wieder... Was sind die Thronen überhaupt? Ja. Die Thronen sind wieder völlig normal. Weihnachten ist vorbei. Ich finde es ist schade. Ohne Witz jetzt. Ich finde es ist schade, dass Weihnachten so schnell rum ist. Und... Klar war zwar... War zwar Weihnachten nicht normal, aber trotzdem Weihnachten ist immer die schönste Zeit im Jahr. So, warum mache ich mir die Thronen? Hier mache ich bestimmte... Silvester... Raketen immer... rein. Muss man halt nur noch angucken. Wie man sowas erstellt. Und dann... So, wo mache ich die Bank? Wo ist die Beste? Wo mache ich die Werkbank? Wo ist der beste Platz? Würde man sagen, hier. So, das ist meine Werkstatt. Fürs Allerste. Und hier würde ich erstmal die ersten beiden Folgen beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wie gesagt, ich versuche morgen früh, ganz früh aufzustehen. Und mich vorzubereiten. Und dann... Ich würde fast sagen, achtmal so viele Videos hochladen wie heute. Das heißt, 16. Möglicherweise. Bis dahin. Tschüss.